Mein Name ist Thomas Witt und ich möchte mit dem zweiten Mythos aufräumen, der immer über uns erzählt wird. Und zwar von Verkäufern, die noch nie mit uns zusammengearbeitet haben. Der Mythos ist, Thomas Witt Consulting arbeitet nur für die Möbelhändler und gegen die Verkäufer. Das ist natürlich Quatsch, denn gegen die Verkäufer können wir gar keinen Erfolg haben. Unser Geschäftsmodell beruht darauf, in Möbelhäusern, mit Möbelhäusern und Möbelverkäufern einen Verkaufsprozess einzuziehen, der dazu führt, dass aus den immer weniger Besuchern immer mehr Umsatz gemacht wird. Und das sorgt natürlich dafür, dass beide mehr verdienen, sowohl der Möbelhändler, der uns bezahlt, wie auch der Möbelverkäufer, der damit seine Provision erhöht und außerdem übrigens noch mehr Spaß dabei hat. Ich saß neulich in einer Abschlussveranstaltung von einem unserer großen Projekte und der Trainer, der es gemacht hatte, war mein Kollege und Geschäftspartner Jürgen Skupin. Und einer der Teilnehmer, nachdem er seine größte Erfolgsgeschichte erzählt hatte, bedankte sich bei Herrn Skupin und sagt, Herr Skupin, vielen Dank für das iPhone. Und er war relativ irritiert, denn der benutzt selber nur HTC-Handys und sagte, welches iPhone? Und der Verkäufer sagte, das iPhone, was ich mir von dem Geld gekauft habe, was ich schon im ersten Monat, den ich bei Ihnen im Training war, mehr verdient habe. Ich war in der Mitnahme, habe vorher 50.000 Euro Umsatz gemacht, nachher 80.000 und von der zusätzlichen Provision habe ich mir erst mal ein schönes iPhone gekauft. Und übrigens, meine Frau lässt Ihnen auch danken, Herr Skupin. Warum denn das? Ja, im Monat darauf sind wir von dem Geld, was ich zusätzlich verdient habe, sind wir nach Hamburg gefahren, schönes verlängertes Wochenende, wo wir auch unsere Flitterwochen hatten und das hat uns beiden wahnsinnig Spaß gemacht. Also, wir arbeiten mit Möbelverkäufern und ihren Führungskräften daran, einen Verkaufsprozess einzuziehen, der sie erfolgreicher macht und der mehr Spaß macht. Ich coache übrigens gerade im 100% Club 15 Möbelverkäufer über ein Jahr darauf, ihren Durchschnittsmonatsumsatz zu verdoppeln. Und das tue ich völlig kostenlos. Warum? Weil es mir Spaß macht. Wenn Sie also daran interessiert sind, erfolgreicher zu werden als Möbelverkäufer, kontaktieren Sie mich. Es ist absolut kostenlos und ich freue mich auf Sie. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020